Eyo, hier ist Ronja und wir spielen heute Minecraft Skyblog, weil ich gesehen habe, dass es das jetzt auf Hypixel gibt und ich mir gedacht habe, komm Ronja, warum denn nicht? Was soll der Geiz? Probieren wir es doch mal aus. Das heißt, falls ihr übrigens im Hintergrund meine Katzen seht, die sind gerade sehr aktiv, es tut mir leid. Es könnte sein, dass sie lautstark durchs Bild rennen oder den Kratzerbogen hochfetzen oder sonst was. Nala! Tobi schläft, aber Nala ist gerade sehr gut. Yeah, I'm sorry, Baby. Okay, also, hier steht, das ist deine Insel, das Skyblog-Universum hat viele Länder zu entdecken, Geheimnisse aufzulösen und Leute zu treffen. Wir müssen Ressourcen sammeln, Items craften, Objectives completen und danach geht es halt weiter. So, also, erstes Objective, also erste Mission ist, äh, wir müssen, wir müssen was kaputt machen. Jetzt kriege ich hin. Ich sehe mich da. So, haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Done? Pfff, gute Arbeit. Dann ersparen wir uns wirklich Arbeit mit, wenn ich den einfach nochmal anbaue. Nächstes Objective ist, wir sollen eine Workbench machen. Das heißt, das kriegen wir auch noch hin, ja? Das ist gerade noch so in meinem Kompetenzbereich. Dann bauen wir die mal hier hin, ja? Also, so schön an den Rand. Dann machen wir als nächstes eine Holzpickaxe. Auch das ist tatsächlich noch im Bereich des Möglichen. Übrigens, falls ihr euch fragt, Ronja, warum siehst du so komisch aus? Pff, ich bin nicht geschwingt. Ähm, dementsprechend ist, äh, ne? Oh, warte, wir müssen, äh, darauf achten, dass wir hier vielleicht Saplings rauskriegen, damit wir einen neuen Baum anpflanzen können, weil sonst ist der bald futsch. Und das wäre ja sau ärgerlich. Es wird jetzt auch dunkel. Warum wird es denn Nacht in Skyblock? Ein kurzer Einspieler von der Editing, Ronja. Ich habe es voll vergessen, im Video zu erwähnen. Aber ich habe, nachdem ich jetzt von Fluss ist gerade runter bin und es eine Weile gedauert hat, meine eigene Discord. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dann, ich sehe gerade, dass man in meiner Brille voll das Ringlein sieht, dann könnt ihr gerne, ähm, da drauf joinen, dann können wir reden. Und, äh, ich lasse euch den Link ganz oben in der Beschreibung da, dann, ne? Ihr wisst mir Bescheid. So, liebe Freunde, die Sonne geht wieder auf. Ich habe extra gewartet, okay? Damit ihr auch was seht, weil sonst, keine Ahnung, ist es so dunkel und dann sieht man nichts und das ist ja auch doof. Dann müsst ihr euer Handy so hell stellen und euer PC. Das ist ja Quatsch. So, jedenfalls ist meine nächste Mission, eine Spitzhacke zu machen. Das kriege ich seh... Huch. Was ist denn da los? Soll das so sein? Äh, okay. Oh, ich habe ein Seppling-Epress gedroppt gekriegt. Das sind gute Nachrichten. Ich bin nicht sicher, ob das so sein soll. Äh, aber... I guess? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob das Sinn und Zweck der Sache ist, dass das so aussieht. Ähm... Ich weiß nicht, ob es an der Version ist, auf der ich spiele oder... Äh, an was anderem liegt, aber... Ja. Okay. Also, unser nächster Plan ist, dass wir mit Jerry reden. Jerry ist der Geil da drüben, ja? Der... Nicht das kleine Kind, aber der Typ. Das heißt, äh, wir müssen irgendwie da rüberkommen. Ich seh mich da ja im Steinabbau. Ding! Denn, jeder weiß, ich muss ja irgendwie einen Weg darüber hinkriegen. Und, äh, ich habe nicht hier nur Colts und hier liegen ein paar Steine rum, also... Würde ich jetzt mal behaupten... Uh. Man kriegt irgendwie Skills scheinbar. Also jedenfalls wird mir hier so ein Mining-Skill angezeigt, der sich die ganze Zeit verbessert. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es damit auf sich hat, aber... Notfalls haben wir übrigens auch noch Dirt. Also, wir müssen nicht nur Steine nehmen. Wir können auch mit Dirt uns rüberbauen, oder? Ich will nur, dass es nicht runterfällt. Wenn ich jetzt mit den Items runterfalle, sind die alle futsch, oder? Das wäre ja voll ungünstig. Das wäre ja voll doof. Das einzige Skyblock, was ich kenne, ist das, wo du... Also, ich kenne legit nur die erste Insel, wo du diesen Cobblestone-Generator bauen musst. Das scheint aber hier eine andere Version zu sein. Einfach, weil... Ich das nicht machen muss, sondern einfach Steine abbauen kann. Ich seh hier auch nirgendwo Eis oder Lava. Also, das scheint einfach eine andere Version zu sein. Also, es ist das Hypixel-Skyblock, falls sich irgendjemand fragt. Ich guck jetzt erstmal, ob das reicht, weil... Kann ja sein, nicht? Kann ja sein. Okay, wir haben auch noch richtig viele Steine übrig. Ich weiß auch nicht, was... Okay. Hi, Jerry! Deine Skyblock-Insel ist Teil eines größeren Universums. Das Universum ist voll mit verschiedenen Inseln, die wir erkunden können, und Ressourcen, die wir entdecken können. Wir benutzen das Portal, um in die erste dieser Welten zu kommen. Alles klar. Hi, kleiner Mann. Da seh ich mich ja. Oh, okay. Okay, äh... Warte, ist das so ein Community-Ding? Wieso bin ich mit so vielen Leuten hier drauf? Ich muss mit den Villagern reden. Ich bin ja so confused. Ist das das Richtige? Ist das das, was ich überhaupt spielen wollte? Hä? Hallo, Leo. Äh, du kannst die... Aber... Okay, okay, okay. Das ist... Da ist ein Wald irgendwo. Also, ich brauche jetzt die... Also, ich brauche die Rüstung, ja? Die ist aus Eichenlaub. Okay, jetzt reden wir erstmal mit Duke noch. Was geht ab, Duke? Ja, ich bin neu hier. Ähm, ja, da ist viel zu entdecken. Die ist das Ananas. Ich soll auf die Farm oder die Kohlmine. Die sind beide nördlich von hier. Haben wir einen Kompass? Nö. Bringt mir denn die Angebe nördlich irgendwas? Ebenfalls. Nö. Ist mir das egal und ich gehe einfach mal in die Richtung? Ja. Wie ist das? Jamie! Ich habe eine Mana-Bar. Ja, das ist richtig. Danke! Hier nimmt das Schwert Jamie, my man. Okay? Jamie ist der Erste, der mir tatsächlich irgendwas bringt. Was bringt mir das Schwert? 20 Damage! Ja, hell yeah! Damit zerschnetzel ich jetzt aber alle, du. Puh! So, ich muss noch mit 5 Villagieren reden. Ich kann meine Ender-Chest im Skyblock-Menü accessen. Okay. Alles klar. Wie komme ich denn in die Chests? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wo ist mein Alte-Menü? Das muss ich ja auch nicht machen. Ryu, da sind 9 Skills im Skyblock. Lynn, wenn ich jemals... Okay, ich muss ins Questing für mein Skyblock-Menü. Ich habe keine Ahnung, wo mein doofes Skyblock-Menü ist. Weiß nicht, wie ich da hinkomme. Wäre nett, wenn die mir das mal erklären würden. Aber nee. Auktionshaus. Nee, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ich brauche noch einen Villager. Einen. Wo ist er? So, ich habe jetzt vergeblich nach dem 12. Villager gesucht. Ich finde den nicht. Aber ich bin jetzt hier mal auf die Suche gegangen. Und hier ist die Kohlenmine. Und jetzt habe ich eine neue Mission. Und zwar soll ich mit dem Typen reden. Und das ist der... Wer ist das? Schmied? Er ist der Schmied. Er kann Items neu machen. Wie ist das? Das kostet Coins. Ich habe keine Coins. Ich soll Kohle holen. Und dann kriege ich Items, gell? Und nee, dann lerne ich, wie man Items macht. Ich brauche 10 Kohle. Okay. Das heißt, auf geht's in die Kohlenmine. Nicht wahr? Zum Glück habe ich meine Spitzhacke dabei. Oh, da ist schon Kohle. Das sehe ich schon. Da sehe ich ja schon was. Schick, 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 schick. Läuft. Ich finde es sehr faszinierend. Es ist wie so ein richtiges Spiel. Wisst ihr, was ich meine? Also, so... Du kriegst Quests und du musst Sachen machen. Und du gehst zu verschiedenen Orten. Und dann redest du mit verschiedenen Leuten. Also, das ist wirklich ein legites Spiel. Das ist mega nice. Ähm... Ich bin jetzt halt gefühlt mit dem niedrigsten Level hier überhaupt. Oh, ich habe schon genug Kohle. Ich habe extra eine Kohle mehr mitgebracht. Hallo, Herr Schmied. Wie geht es Ihnen? Ah, excellent. Ähm... Okay, Items kann man verbessern. Dafür muss ich ein Item in seinem Inventar machen. Wie mache ich das? Äh... Er macht das für 10 Kohle. Das habe ich schon mitgekriegt. Ah, okay. Ich kann das einfach so machen. Ich nehme mein Schwert, gell? Das ist wahrscheinlich am schlauesten. Und... Dann... Äh... Habe ich das jetzt gemacht? Ich habe mein... Rogue-Schwert in ein episches Rogue-Schwert gemacht. Das heißt, es gibt mir plus 2 Stärke. Plus 1% Crit Damage. Plus 1% Attack Speed. Ja, vielen Dank, der Herr. Das freut mich sehr. Ich muss noch mit dem blöden Extra-Villager reden. Das hilft alles nichts. Er will mich nicht weitermachen lassen. Ja, er will, dass ich diese blöde Villager-Mission mache. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn ich... Oh, hier ist er! Stella! Was geht ab? Ich kann Co-op mit meinen Freunden machen. Sorry, ich habe keine Freunde. Ähm... Das waren witzige Freunde, aber keiner spielt mit dem Sky-Vlogs. Ähm... Ich habe alle Villager gemacht. Und jetzt bin ich in der Farm. Ich muss mit dem Farmer reden. Okay, das macht voll Spaß. Ich bin voll fasziniert. Hallöchen! Ich bin Ronja. Was geht ab? Howdy! Ich sage auch immer Howdy! My man! Meine Kuh ist krank und braucht Essen. Na klar kann ich dir ein bisschen Weizen von deiner Farm holen, damit du die Kuh flüttern kannst. Also ich bin ja kein Unmensch. Mit der Spitzhacke. Man kennt's. Da 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 da. Wie viel brauchst du? Reicht dir das? Das Farmerleben ist ein einfaches Leben. Oh ne, ich brauche 10. 10, 10, 10, 10 brauche ich. Hätte ich mir denken können. Dim, 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 dim. Und... Dann gehen wir mal wieder zum Farmer Row. Dankeschön! Bitteschön! Gerne doch! Warte, nee. Farm Level 1 erreichen. Dann erreiche ich doch erstmal Farm Level 1, oder? Ich mache das jetzt übrigens mit der Hand. Das ist... Ah nee, warte, das ist schon reif? Ja. Mensch. Solange... Solange... Kein richtiges... Das wächst ja voll schnell nach. Das ist ja voll super. Djum, 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 djum. Ich hoffe, ich bin nicht sehkrank. Hell yeah! Level 1! Ich reise jetzt zur Farm. Farm, farm, farm. Der hat doch gesagt, das ist hier um die Ecke. Wo ist denn die hin? Aha! Huiiii! Ich bin da! Neue Zone entdeckt! Hier kann ich alles... Nein, ich möchte keine Kühe... Hühnchen und Hähnchen... Hühnchen und Hähnchen. Hühnchen und Schweinchen töten. Alles, was ich will, ist Farm. Ich bin doch nicht böse. Jetzt rede ich mit dem. Hallo! Willkommen! Du kannst alle... Okay. Ich kann alle Sachen ernten. Was? Was ist denn ein Weizen-Minion? Wie mache ich das? Er hat gesagt, hier ist das Rezept, aber ich weiß nicht, wie das geht. Wie, wie mache ich denn einen Weizen-Minion? Erstmal... Wo kann ich überhaupt craften? Das ist jetzt ja auch mal erstmal so eine Sache, ne? Ich habe hier kein Crafting-Table. Muss ich den jetzt zu Hause in meiner Insel machen? Muss ich den jetzt extra zurück verlaufen? Das kann es ja auch irgendwo nicht sein, oder? Ich meine, ich würde jetzt erst mal ein paar Karotten mitnehmen, weil Essen und so. Schmeckt. Wie mache ich das denn? Mache ich da einfach Weizen überall hin? Hä? Ich bin so irritiert. Normalerweise geben die mir doch die Rezepte und sagen mir, wie ich das machen muss. Jetzt zeigen die mir das gar nicht. Ich pflanze das übrigens neu an, weil ich kein böser Mensch bin. Hier ist es jetzt zwar Weizen auf der Karottenfarm, aber besser als gar nichts, ne? Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Das wird nicht weniger. Ich kann nichts anpflanzen. Rip! Wie baue ich das denn? Wie baue ich denn so ein blödes Minion? Kann mir das mal jemand verraten? Entschuldigung? So, das war es dann auch mit der ersten Folge von Minecraft Skyblog. Wenn ihr möchtet, dass ich da noch ein paar Videos von mache. Und vor allem, wenn ihr wisst, wie man Weizenminion macht. Ich meine, ich google es jetzt eh. Aber dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich bestimmt fürs nächste Mal. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Und falls ihr neu hier seid, dann abonniert den Kanal. Das wäre nice. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!